2x3 macht 6 ... Und das soll ich glauben? Lieber nicht. Jetzt aber los. Lull! Los! Und wer seid ihr? Ich heiße Tommy. Und ich, Tommy K. Sag mal, Pippi, warum schläfst du eigentlich mit Pippi auf dem Kopfkissen? Ich muss dir was erlassen. Aber ich will euch was sagen, in Güpten, da, wissen die Leute in ihr Windeln von morgens bis abends. Und dann, lühl und lül und lül, sie wie gedruckt bis es dunkel wird und sie dunkel werden. Das ist der Neger! Ich hätte nie geglaubt, dass ein Neger so stark sein kann. Ja, das mag sein. Ich möchte nur wissen, ob sie wissen kann. Ganz bestimmt, Mama! Ach ja, ich hab doch heute Nachmittag mein Kaffee-Kränzchen. Du kannst dich da drüben zu Tommy und Tommy an den Tisch setzen. Frau Jönsson, sehen Sie sich das an. Ein mögliches Kind. Hör mal, du kannst doch nicht die Tortifingern los. Ihr seid aber mutige Kerle! Schämt ihr euch nicht? Hey! Hey, warum hilft ihr mir nicht? Ich sage dir, das Mädchen lügt. Kein Mädchen hat einen Kopfhör. Hier, fang auf! Guck mal, was die da hat! Guck! 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 Es ist kunterbunt in der Villa Kunterbunt. So ist nö! Ich möchte Tommys Kleingimmel sehen. Mein Vater ist Negerkönig in Megaland.